Wir bitten dich im Ständen, dass die armen Staatskünstler nicht mehr glauben müssen, dass sie etwas Relevantes machen. Wir bitten dich, dass die Leute verstehen, dass auch ein Staatsklift gut ist. Herr, wir bitten dich, dass Grünwählerinnen, ihre polnischen Putzfrauen und Putzmänner besser bezahlen. Schicke auf uns Alternativen für uns zu reichern, ein gastfreundliches Beachtens. Wir bitten, nimm nun allen Menschen ihr hart verdientes Geld weg. Wir bitten dich vor allem nachahmen, damit sie nicht ihr ganzes Leben Totengräber bleiben müssen. Wir bitten dich, dass wir für unsere Kür bitten, nicht die Dorfgemeinschaft verlassen müssen. Wir bitten dich, dass wir für unsere Kür dingen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020